Er ist sehr unfreundlich. Ich war einfach nicht. Ah, jetzt hast du eine Sekunde gestohlen. Den Typen. Weil er schreien hat müssen. Ach, wir schreien. F-Pen. F-F-10, F-5 oder was? Ja. Links außen, links unten ist einer. Er schießt auf mich, halt ich brauche Hilfe. Ich seh nichts, der ist scheiß Gras, ey. Links unten bei mir. Äh, wie weit denn? Da sind zwei da unten. Ja, das ist für mich. Weil die umlaufen uns links, wo der Gelbpfeil geguckt. In deinem Norden. Sag, wie du glückst. Ja, warum stirbt ihr denn nicht? Bin, passt. Ehe, erstmal musst du weghauen, da sind zwei Mann unten. Oh, ich hab den zweimal getroffen, der zuckt nur. Ja, weiter schießen. Jetzt ist er hinterm Stein. Er schießt. Auf mich. Ne, er ist tot. Ja, das war ein anderer. Von wo? Ich glaube, wie gekillt hat er das unten? Bitte stirbt ihr denn? Ja, jetzt ist er tot. Jetzt hat mich der andere. Kann ich nicht bei Georg respawnen? Weil er in der Zone ist. Ich hab einen. Er ist sporn bei mir. Ja, ich bin jetzt bei X-Ray. Bist du X-Ray? Versuch's über links. Kannst du mal raus, F kurz? Der grüne, was nördlich ist, muss auch nochmal rein. In die Zone. Wer ist der grüne, nördlich in die Zone rennt? Nitro, du bist bei uns hier. Ich glaube, die kommen da schon genau hier vorne vor uns. Du läufst auch links rum, ne? Ich hab einen gesehen. 200 Meter den Berg runter vor uns irgendwo. Wo, 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 wer liegt da neben mir, ey? Von uns. Ich hab da hinter mir erschossen, man. Ich hab mich überweifend, wer liegt da? Scheiße. Das war nahe der Flagge. Mach mal hier Offizierbend jetzt. Hm. Ja. Wie sieht die Zone aus? Ja, schlecht. Da müssen alle rein. Leil, der Typ liegt auf dem Fußboden, Mann. Wetter links liegt auch einer. Unter der rechts oben, unter der rechts oben. Bauen. Nein! Wer ist bei mir. Einen hab ich gekriegt. Wer ist denn da am Süden unbedingt reinkommen? Jetzt alle reinkommen. Sonst sind natürlich alle da. Ich bin verletzt. Kann mir einer heilen? Ja, ich spawne bei dir. Ja. Ich weiß nicht wie lange ich halt hier überlebe. Er hat mich auch verletzt. Er hat euch gegenseitig. Er wäre gegen, ey. Tot? Ja. Wir haben's. Ich bin ganz ganz genau, wir nehmen die, aber ich weiß ja, ich kann die nicht reviven. Jetzt Benzi gleich über rechts außer unten ins Tal, wenn's geht. Oh, stets. Wer dich gekilled hat, der sieht mich auch. Im Tal unten ablegen. Was ist hinlegen? Die gehen schon in die Häuser rein. Vielleicht... Versuch. Wenn ihr auf ein Menü... Asse dieses Eis spielt eigentlich. Zwei von Nikon Sporn beim Banzi Sporn bei dir Sporn bei dir Offizier Auf halber Höhe zu uns ist der Der Bix So sag's ihn ja nicht an Boot Von oben von der Kirche läuft einer runter Ist das noch Safe Zone, ne? Kirche? Ne Wenn's jetzt ist, schau, dass du in die Zone nicht reinkommst Mit uns Nur einer bei der Kirche Bei dem grünen Busch war da noch mal einer Nein, der ist am Haus, vorne am Einkommen Links, das Äste aus links Da wurde halt drauf zugelassen Sind du tot? Gibt es noch am neben, da vorne Ah, direkt vor mir In der Mauer In der Gegend kommt da einer runter Ja Toll, genau jetzt wo ich vorgehe Wenn ich die Grenade bin Mit einer kleinen Mauer dran Sau Hallo Benz, ich versuch reinzukommen in die Zone Ja Jetzt noch nicht warten Zu spät, scheiße Aus dem Haus raus Das erste Hausgleich Im Minamon Ja Benz, ich revive dich Oh Ich hab dich reviviert Oh, okay Eos, du musst dich jetzt am Hang weg machen, Mann Ich lass mich kämpfen Ah, rechts vorm Haus Links vorm Haus Ja, da muss ich Stelle im Schlüssel machen Hab den Typ, der was uns von hinten geschossen hat Und dann gucke ich nur auf den Hang Und mach nicht mehr die in den Häusern klar Ist einer von uns im Hang rum? Ja, ich bin das Scheiße, im Haus ist ein Der Drittel ist der Stoff Ja, ich komm Benz, ich spaw nur mal bei dir Nee, ich bin tot Ja Ich hab nur geklickt Naja, okay Ich bin hier abgefangen Schein verbuggt Einen bei der Kirche, am Hang Spawned by Mass Achtung, oben im Haus drin Erster Stock ist einer Okay, ist down Von der Kirche kommt wieder einer runtergerannt An der Fahne An der Fahne ist einer von denen Da kommt wieder einer runter, Mass Oben Ja, ich seh's Einer muss mit dem Nachschub da wegkillen Die ganze Zeit Oh, fuck Friendly fire Zwei Mann von oben, Mass Zwei Mann von oben Rechts von dir Benz ist sogar Einen von den beiden hab ich Da liegt nur einer am Stein Einer ist hinter der Kirche In der Kirche drin In dem Gebäude Ja, ich bin tot Benz, bist du wieder da? Ja Kommt jetzt in die Zone, verdammt Jörg, du musst aufpassen Der ist noch der nördlich von uns Einer Krieg haben Kirche Links unterhalb der Kirche Links unterhalb der Kirche Ja, kommt langsam Ach Crap Ganz gekillt Jörg, du kommst auch in die Zone Jaja, ich verleg mich so an den Rand, dass ich mit cappe Das Haus, wo ich jetzt hier bin, da ist glaube ich einer drin Das Haus, wo ich jetzt hier bin, da ist glaube ich einer drin Ja, hier Irgendlich spawnen wir hier In Acht Wieder links unterhalb der Kirche Da ist einer von euch im Haus drin Ja, wo ich lieg hier in dem Haus Noch weiter links der Kirche Noch weiter links der Kirche Da ist glaube ich einer drin Oh, ich hab das Haus gefunden, ja Das ist ein zweistöckiges Haus am See am Wasser unten Warte Warte Warte, wer hier vorne über dem Haus läuft Läuft da jetzt, da muss einer drin sein Warte Warte Das ist so lächerlich Haus unterhalb der Kirche ist einer drin Ich komm gerade raus Alles down Ist der das jetzt angecaptet oder nicht? Nee Jetzt Jetzt cappen wir Jetzt ja Komm auch nochmal Von der Kirche kommt einer runter Das, ich bin das Ne, ne, das war ein anderer Mess Down In der Kirche wieder zwei Rupen Down, ist down In dem Zweichtschuh gegen den Haus ist immer noch einer drin Links Da ist Doppel Wer ist denn der Rote oder was das hier ist, was hier Richtung Du bist genau zum zweistöckigen Haus drin Ja, die haben, die haben Spawn Protection, ne? Ja, fünf Sekunden Ich hab zwei an der Kirche Ich hab den bei uns drin endlich Arm abgestürzt Nitro, laufst du zur Flag Nitro, laufst du zur Flag Von unten? Ja, von unserem Spawn Zu Charney Flag gleich laufen Ist Feuer aus der Stadt oder von der Kirche oben? Kann da einer hinsehen? Charney Flag Äh, irgendwer einer steht bereit Nitro, zu Charney Flag Kann mal einer den da oben weg machen? Kann nicht wirken Nitro! Doch Ja, bei mir im Haus sein Von links schießt einer Sieht den keiner? Wenn sie bleibt, da liegen jetzt einfach mal Ja, ich suche nochmal Plätzchen Also, mir captains grad Hinter dem Häuschen bei der Kirche sind zwei Leute Hinter dem Häuschen bei der Kommandor oder ein Feuervorrat nimmer Ja, ich nochmal flänken Ja, ich nochmal flänken Ja, in der Kirche Ja, wenn du offiziert bist Dann wird das raten Ach Ähm, und hier ganz außen schießt auch einer Ich hab den Glauben bei der Kirche, in dem Gebäude ist einer drin Oh, das haben wir nicht Also einer drin und einer hinter hinter Sehr gut Wie viele Leute sind wir in der Zone? Ich bin zu dritt, nehmen wir einen Hm Ich bin noch zu dritt Ich hab einen links außen Links außen kommen wir vor Ach komm Warum, der steht da so offen, ne? Ja, das ist Stalemade wieder Ja, das ist Stalemade wieder Das sind bei mir hier Ich geh auch mal zur Kirche Ich krieg schon wieder von irgendwo unten bei den Steinen die Kirche runter an den Steinen der unten 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 liegt hinter uns sozusagen Ich hab gar keine Raketen mehr vertraut Ich brauche mich im Spiel Ich spiel zu mir von den Asen ab Ich hab mich selber drauf Ich bin neu gestaltet ich guck Ich hab mich nicht Dens, bist du noch vorne? Ja, Echko bin ich Vorne sind wir mal da Ich komme eigentlich links von dir. Wieso stehen die denn alle nicht? Das kann ja nicht wahr sein. Ich muss halt Headshots geben. Ja. Legt vor mir ein Rausch, was gerade entwickelt. Pfeil ist einer. Da hast du ja gekillt. Da ist noch... Nein. Da war zwischen uns einer. Ja, den habe ich schon gekillt. Warte mal, Georg, ich bewerbe dich. Done. Warte mal vor uns, da ist irgendeiner. Wir haben... Ah, was machst du? Da ist noch einer. Direkt rechts von dir dann. Und ich lege so 5 Meter vor dir. Auf die Flecken. So, die kommen jetzt nicht mehr auf diese Hangseite rüber, weil die wissen, dass ich da bin. Ich komme auch mal rüber, ne? Kann ich mit meinem Campen... Ah, da ist eine. Das ist knapp. Der Absturz. Was hast du denn da? Zwei Mann direkt... Direkten Weg kommen die. Vielen Dank. Ja, oben kommt auch wieder einer an direkten Weg. Ich bin ziemlich nah an der Flag. Oh, da ist... Oh, da ist eigentlich einer bei der Flagge, ne? Ich bin ziemlich nah an der Flag. So, stay. Bring sie nix. Bring sie nix. Ich komme zu euch rüber. Entweder zentral oder nicht. Direkt vor euch ist einer. Ja, hör schon. Ich warte jetzt mal ab, bis F wieder da ist. Ja, warte bis ich auch da bin. Eigentlich kannst du schon... Moven dann. Also... Wir spawnen dann bei dir noch. Äh... Wenn es geht wegmoven wäre nicht, dass dann wieder alle gleichzeitig tot sind. Ja. Echo ist jetzt in trockenen Tüchern oder? Ja. Da. Von links. Hast den geh, oder? Ja. Vor von zentralen. Hältst du dich. Rechts, rechts, rechts. Ah, ich muss nachladen. Ich hab keine Granatever gehabt und bin ins Tum gegangen. Das war schon... Ich bin jetzt direkt an der Flag. Ja, wir haben sie schon. Ich dachte wegen Spawn. Ja, passt schon. Eos, Fireteam Change. Ah, jetzt haben sie mich. Nein, wir changen auch nicht schnell. Schnell auf Gelb. Ich spawne mal noch beim Bintzy. Ja, ich finde mal beim Spawn. Ich spawne mal beim Spawn. Ich spawne mal beim Spawn. Wer hat den Spawn. Jetzt hast du dich an, als du in der Spawn. Der in der Spawn. Das ist Smash, bist du jetzt wieder ingame? Ja, ich kann nicht, ja, aber ich kann nicht nur nichts machen, außer geradeaus laufen. Scheiße. Geht mir was uns da irgendwie umlaufen. Ja die Schüsse nicht, der ist schon hinter mir da. Ah ja, mein Rücken geschossen. Direkt oben auf dem Kamm kommt einer. Also direkt spitze oben Kamm. Das ist schon gewonnen, oder? Haben wir mal elf Minuten Zeit, wir können das Ding auch ganz klar fahren. Also einer ist links und der andere, der mich jetzt gerührt, aber rechts oder zentral. Scheiße, ich kämpf schon nicht im Süden. Lass mal von Süden aufbauen das Ganze. Ja, ich bin auch im Süden da, wo du erschossen wurdest. Bleib einfach da, das passt schon. Ich hopp nur mal ein Stück zurück. Holy shit, das geht ab. Na ja, da ist ja direkt vor uns gleich einer gewesen, also. Wenn du in die Position wechseln, also. Ah, der ist rechts. Der muss neben euch sein direkt. Ich hab den. Ja. Ja. Ich lieg' ein Stück links und runter, wenn du mich überwerfen kannst. Dann. Schreif dich, Georg. Dann. Schreif dich, Georg. Er messert mich. Nice. Ähm. Ja, ich bin direkt in den reingelaufen. Liegt der hier? Rechts? Außen? Der liegt da seit links. Ja, der andere hat mich nicht geklappt. Ja. Eos, du kannst vielleicht, wenn du mal wieder flippst, ähm. Eher von Norden in den Ecken durch dich vor. Mhm. Da hat man, glaub ich, ganz gute Long Range Sicht. Ja. Nein, ey. Ich komm. Rechts oben. Ja, ja. Oh, wieder hinter mir. Wieder von rechts oben. Verdammt, wieso fall ich da auch wieder drauf rein, Idiot. Ja, die spawnen in der Base jetzt. Pass auf, wo ihr alle seid, da oben kommt einer. Der grüne Pfeil, der unter Foxtrot ist, der muss bei dir direkt in der Nähe sein. Ich hab den erschossen. Genau, so ist das richtig. Der blöde Pfeil, der blöde Pfeil. Aaaahhh. Oh, oh, oh. Vielen Dank, Master. Get your tea. Well played. Screen, screen, screen.